Ja Leute, die Aufnahme, die geht jetzt schon eine Minute, aber ich werde das auf jeden Fall so krass rauscutten, was wir gerade gesagt haben. Das war einfach nur stupid. Weil wir sonst wahrscheinlich noch, keine Ahnung. Schon vorher Kassierstrike wegen sowas? Löö. Kann ich mir vorstellen, Tobias. Ja, gibt Leute, die zeigen ihren ganzen Körper auf YouTube, aber es ist in Ordnung. Leute, die screenen auf Twitch, wie sie baden, in der Bikini, weil Twitch absolut mentally retarded ist. Und die T.O.s da juckt gar nichts wahrscheinlich. Und deswegen muss ich jetzt meine Schicht... T.O.s Quatsch, ich meine einfach nur die ganzen App im Serum. Und deswegen muss ich jetzt meine Schicht... Ah, in der Fuzzy Fabrik schieben. Verbringen. Und da verdienen, anschaufen gehen. Weil du weißt, wenn ich eigentlich anschaufen gehen scheiße... Äh, vergiss das, was du gesagt hast, Kinder! Kinder? Was? Ah! Mach mal, mach mal ein Dings weg! Ich dachte, wir haben eine Klientel von Kindern. Ich glaube, da hast keine Zeit dafür. Okay. Tanookis! 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 Oh, fuck me! Dookis! Ich bin stupid! So, Leute, im letzten Part habe ich ja das letzte Level mit 0 One-Ups geschafft. Wir haben jetzt geguckt, wir haben nachgeguckt. Es zählt nicht als Game Over! So sind wir gerettet! Sind wir das? Ja. Ah! Okay. Lass uns jetzt mal wirklich mal ein bisschen konzentrieren. Das ist halt wehgetan. Das ist halt wehgetan. Käfer, ich hasse einmal Käfer. Käfer? Ich hasse Käfer. Ich mag Käfer auch nicht. Oh! Komm jetzt hoch! Nein! Nein! Der stirbt! Mach die Käfer! Nee, schau mal, bitte. Oh! Ach, den musste man von da oben holen. Ja! Was machst du da unten, ey! Ich dachte, ich muss von da rechts oder so! Ich denke mal, ey, was meinst du? Was lachst du? Ich war voll in Panik. Ja, da! Oh! Ja, komm! Was? 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 Oh, der glitzert. Oh, der glitzert. Das ist wie ein Cutten. Sweet. Jetzt hätte ich was gesagt, aber ich lasse es lieber. Oh, der glitzert. Das muss dann auch mal Cutten, Alter. Das bot noch ganz hin. Oh, stimmt. Ich würde... Danke, Goomba, fürs Ausgleichen. Verreckt, du Penner. Stirr! Streich, dann streich ihn! STIRRICH IHN! STIRRICH IHN! STIRRICH IHN! STIRRICH IHN! Na, yes! Oh, loil. Was? Was ist das? Können wir schneller? Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Scheiß! So! Boitau! Loil. Das war mega! Ich hätte dich jetzt fast untergeschossen lassen. Das war mega knapp! Aber wir machen alles loil. Easy! Ciao! Ciao, Bella! Ja? war ich war doch an der tür mensch natürlich nicht so knapp da oben ist glaube ich nicht ja man sieht nichts ja was war das die türen die machen schließen sie die türe schadet ich glaube du hast es genau in der sekunde zugemacht wo der stempel so gemacht hat deswegen man die tür jetzt nicht hören wird was weiß ich nicht aber ich gehe voraus weil ich die tür ganz ganz langsam aufreißen mich geölt habe auch nicht nach drei jahren leute ich sollte mal die türen drei jahre später ich weiß noch wo ich das erste mal in einem zimmer war nach keine ahnung wegen referat oder so in schule da weiß ich noch den holztisch hier der war ja mal richtig kranzig ich finde die zeit die ganz coole wo das da stand ja warum aber so ist ich meine es privat aber es kommt eh nicht mehr rein und jetzt heißt es ballabend ich hoffe einer von uns kriegt peach und der andere ist dann halt der sein sein meine ohren tschüss trommelfelder man sieht sich hört sich nicht mehr das ist der ballabend im stück scheiß muss ich dir zeigen wie man es richtig macht ja ok so gut stupid wie lebe ich denn noch wie ist ehrlich was der hell peach du sollst das scheiß dich werfen oh du bist schwäsch wie schade wir schaffen das nicht danke oh wie schade nein das sagt die fehl aber immerhin kannst du die sterne behalten die du bisher angesammelt hast versuch auch die neue sterne zu vergessen jetzt fck guck mal guck jetzt Oh, ich muss echt aufhören, dann wird dir das reich. Fuck, 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 fuck! Nooooooo! Nooooo! Nooooooo! Was? Hast du mit Marek einfach die Platte? Ja! Er hat gegengebongt. Scheiß, Rupi, auch kein Ball. Er hat einfach gegengebongt, Alter. Oh, Mann, ey. Ein schöner Ballabend. Echt ein schöner Ballabend, ja. Ein schönes Rupi, Tanz, das werden sich Mare und Peach für immer merken. Ach, schön, schön. Schöne Zeit, ne? Darauf erst mal ein paar Drogen abholen. Ach, ja. Ja, das war Drogen, ja. Um den perfekten Abend abzurunden. Bisschen Drogen nehmen, ne? Was ist Bock gerade so? Ich bin die Queen. Wehe, du wirst hier irgendwie versuchen, mich hier... Ja, Mario hat's schon erledigt. Mario! Bisschen Drogen nehmen, ne? Oh, ja. 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 Brigade. Oh, ja. Tank. Der Tank. Oh. Let's do this. Let's do this. Let's do this. I'm a Luigi. Number one. Are you? Ja. Ich mag Scrolling Level nicht. Ist da unten was? Ich denk mal nicht, dass das was sein wird. Ist das wie bei Final Fantasy heute? Was denn? Die Brigade. Ah, Rufus Parade meinst du? Ja. Die gute alte Parade von Rufus. Ja. Oh, nein. Der wird in dem Buch Doofus Shinra genannt. Was? Ja? Solltest du das Buch mal lesen? Von wem? Du hast da auch erst angefangen, oder? Ich hab schon 200 Seiten durchgelassen. Ja, wann hast du denn angefangen? Ich lese immer in der Pause, wenn ich arbeiten will. Oh, das ist cool. Ja. Weil ich ja sowieso nichts essen und trinken kann. Denk ich mich damit noch. Ah, sowas denkst du nicht, ne? Ich würde lieber am Abend fließen. Ich mag das nicht bei der Arbeit und so was zu machen. Ja, aber... Ja. Ich hab ja sonst nichts zu tun. Ich muss ja eine Stunde dann rumgammeln, was soll ich ja eine Stunde machen? Ich kann ja nicht nach Hause, ich kann ja nichts machen. Mobile Daten. Ja, und dann? Dann kannst du die Videos anschauen. All die ganzen mobilen Daten verschwinden. Ja, richtig. Nee, du lädst einfach... Oder du lädst jetzt zu Hause was runter über Netflix oder so? Hab ich gemacht? Ist das nicht plus oder? Ich hab äh... wieder angefangen unser altes FFC Remake Let's Plays zu gucken vorne. Ich bin jetzt bei Part 11. Okay. Und ich lad die Dateien, äh, die Videos einfach runter. Und dann schau ich mir das mit Kopfhörern an. Aha. Und wenn so ein Part mal so... 30 Minuten geht? Dann hab ich noch 30 Minuten Zeit das Buch zu lesen. Hm. Ich leze es wahrscheinlich im Bett, aber nicht irgendwo anders. Was? Was? Okay, ein bisschen mehr Konzentration jetzt! Wir müssen schnell das kaputt machen, sonst haben wir hart am Arsch. Wir müssen das kaputt machen. Warum? Äh... Oh, jetzt seh ich's. Ja toll. Scheiße. Hast du gesehen? Ich hab den Stern geholfen. Du bist jetzt nicht Stern, ne? Wo bist du? Ich bin dort. Doppel. Oh, wir haben den zweiten Stern und den Stempel verkackt. Doppel. Ich vergesse mal zu drücken. Jetzt bin ich alleine gegen... Pun... Jun... ...Dum... Jumjum. Kannst du mir festhalten? Ich bin Krabbschen. Soll ich deine Schelle putzen? Putzen? Er ist eine Sternschuppel gewesen. Oh, das... Wollen wir gerade zwei von ihm? Ja. Mach's. Er ist kein Ninja. Soll ich... Outplayed. Da kann ich mal kurz hier... Einfach nur Outplayed. Kann ich das machen? Kann ich das machen? Lame! I don't like when this is going! Stirb! Ich will meinen... toten Bruder wiederbeleben! Toten Bruder? Toten Bruder oder... Der Grün ist glaube ich getotet worden. Oh! Yahu! Aber... Ich kann doch jetzt nicht die Fahnenstrange brüllen ohne dich! Bro... Da denkt die alte kleine Jotze da in der Flasche, dass ich das alleine gemacht hab. Achso... Kann die... Ich muss das sowieso noch mal spielen. Ich hoffe, meine Hand wäre da jetzt so... Videokon SC zu. Danke! Danke! Geschehen! IYAAAACC!!! Aha. Wir haben das Level voll schlecht gespielt, eigentlich. Ja, absolut. Das war, glaube ich, das schlechteste Level für sie gespielt haben. Wenigstens hast du 5.000 Punkte gesammelt. Ja, wenigstens. Die, die man bekommt, durch einen One-Up einsammeln gefühlt. Oder? Nee. Kriegen wir jetzt nochmal 5 One-Ups eigentlich, weil die jetzt wieder da ist? So kann man eigentlich voll schießen, ne? Ja. Du kannst ja nie Game-Over gehen. Ja. Hey, hey, hey. Kannst du bitte einen Hairball raushauen? Hairball. Boah. Das war nicht so schade. Boah. Ich glaube, wenn man das herauszwingt, dann ist das einfach nicht schön. Ja. Das muss schon so ein Moment sein, wo man sagt. Boah. Boah. Gut Leute, wir cutten und dann sehen wir uns beim zweiten Stern und beim Sternbild. Yikes. So Leute, da sind wir wieder. Und ich glaube, hier ist der... Zweite Stern? Hm. Nein. Wo ist der denn dann? Das ist oben wahrscheinlich. Wir haben verkackt. Ich hab dich getötetet. Ja. Das warst du. Hä? Jetzt werden wir an dem zweiten Stern vorbei? Da ist schon wieder ein Pixel, Luigi. Oh, hey. Noch einer. So viele Pixel, Luigi. Wow. Wir haben es einfach schon wieder verkackt. Neuer Start. Neuer Start. Neuer Start. Neuer Start. Neuer Start. Neuer Start. haben wir das nicht schon mal aufgemacht? Ich hab's weggeworfen. Ich wusste nicht, dass hier echt... Egal. Ja, Leute, da war jetzt der zweite Stern. Jetzt brauchen wir am Ende des Levels doch die Bombe, ne? Ja, genau. Den haben wir das. Hier, nimm dir einen Pilz. Oh, lecker. Wenn du den aufbekommeltest, das wär so geil gewesen, ey. Oh, mann. Ich hab mich kaputt gelacht. Der ist noch so groß und stirbt dann. Schnell! Oh, du meinst. Hätten wir nicht zurückgehen können immer wieder? Zum Bomben holen? Geht das nicht? Ne. Ja gut, die goldene Fahne haben wir ja, ne? Also, wir cutten und dann sehen wir uns wieder auf Overworld. Aha. Auci, auci. Wir waren beide ziemlich behindert in diesem Bomben-Bom-Kampf. Echt? Schauen wir mal. So, Leute, wir machen kurz eine Sightseeing-Tour. Wir gehen nämlich zurück in die fünfte Welt. Ja. Und gucken mal nach. Mit der Fliff-Musik. Ob hier der goldene Zug wieder da ist. Der Love-Train. Kennst du das von Scrubs? Ach so. Das ist mir... Du musst den Clip mal anschauen. Ziemlich... Drei Münzen. Hat er verloren. Hey! Schade. Wenn du die drei Münzen nicht ährst, wirst du den Love-Train nicht wert. Oder so. Leute, wir haben wieder null One-Ups, ne? Wir sind echt immer ganz kurz davor, einen Game-Over zu begehen. Leute, ich glaub wir sind beide einfach devidriert. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Aber das war noch nicht alles, ne? Das war noch nicht Welt-6. Schon? Oh. 6C gibt es noch. Mit einer goldenen Fahne am Ende. Ein Levy mit einer goldenen Fahne und nur einem Stern? Ein Boss, oder was? Wir haben null One-Ups, Mann. Das ist jetzt nicht gut. Kommt irgendwas zwischen... Das ist der Zirkus, oder? Weil die haben Zirkusmusik. Ja. Pranks des Paradise, ne? Paradies des bösen Buben. So heißt die Welt in Dreamed of Distance. Hör auf. Bitte hör auf, danke. Wieso? Ich weiß nicht. Ah, das ist doch C. Das ist doch nicht der Zirkus. Boss Blubarius? Nein! Der Typ! Blubarius. Who the fuck? Scheiße! Wir könnten hier echt verricken. Huh? Das musst du gleich sehen. Ja Leute, was machen wir jetzt, ne? Wir hätten uns wenigstens Items holen sollen. Ich glaube Leute, das könnte echt so der Moment werden, wo wir Game Over gehen. Bisher haben wir es immer geschafft irgendwie aus Lack. Aber diese Kirschen sind nicht umsonst da. Verdammt. Warum? Luigi! Luigi! Oh mein Gott! Luigi! Was? Ich dachte ich muss diesen Bosskampf jetzt alleine machen als kleiner Winzling, Alter. Wir sind so gefickt. Guck mal Toad! Guck wie gut... Traurig! Ah! Ahaha! Ja! Ich hab doch... Ich hab noch nie etwas depressiveres gesehen gefühlt. Trauriger Toad. Ja! Okay Leute! Okay... Ähm... Nicht Game Over gehen, Karma! Pfff... Das ist deine Show gerade. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh yes! Oh yes, Luigi's Unite! Coins! Von wegen Game Over, Leute! Ich will einen 4er Bonk machen! Wir haben es euch angezeigt! Oh yes, Leute! Hahaha Vier Luigi's, Alter! Seit wann gibt's denn sowas? Yo! The Boys! Die Kamera, hast du gesehen? Wat? Haha, The Boys! Wir haben The Boys Raiding Area irgendwas, Alter! Area 51 Alter, was das? Wir gehen alle zusammen ins Ziel! Als Truppe! Wir haben uns zusammen geschafft! Richtig, Leute? Haha, NEIN! Aber anders zurück! Niemand bleibt zurück! Hahaha Hahaha Wann liegt wie so was Precious! Come on, Bro! Wat? Fehlt einer! Das ist Precious! Und? Luigi's Unite! Entziel! Jetzt? Ja! Go! Nein, Mann! Luigi, Bruder! Haha! Ich will mich vergessen! Karma und seine Luigi-Brüder! F in the Chat! F in the Chat! F in the Chat, Boys! And Girls! F in the Chat! Come on, Boy! Es gibt noch viel andere! Das sind noch so viele Doppelkirschen! Die wir uns in diesem Spiel noch erwarten! Bruder! Lass dich doch nicht mal so runterkriegen von dem ganzen Scheiß! Der arme Junge! Der arme, arme Junge! Was hältst du? Wenn wir zur Aufmunterung... ...nachdem wir gleich den Part machen müssen... ...wenden Narnia gehen! Also, das habe ich jetzt eigentlich nicht gesagt, aber... Nein, du kannst dich auch mal verpissen gehen, theoretisch! Du darfst sie tun! Ich würde mich lieber in die Welt verpissen! Oh! Ich kann runterspringen! Das geht auf der Switch nicht mehr! Das ist ein Punkt! So Leute, da sind wir... ...in Welt... ...Castle! Weltschloss! Und ich glaube, hier haben wir richtig gejickt! Ja, mal gucken! Wir haben einen One-Up-Man! Das schaffen wir nicht! Und... Langweiler! Warum? Was ich jetzt damit meinte ist... ...das zeige ich euch im nächsten Part! Obwohl, wir gucken uns natürlich noch um! Hier! Das ist einmal das Fort der Feuerbrüder! Was kann man hier... Man kann hier noch nicht viel sehen! Weil ich da noch nicht hoch kann! Schade! Naja! Bis zum nächsten Mal Leute! Haut rein! Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Super Mario 3D World! ...schade! ...schade! Abrgrum! ual Navigaten Bald ul